So Leute, weiter geht's mit Geschrei. Ich hoffe, das hat diesmal geklappt. Ich habe jetzt genug die Waffen, die ich eigentlich mitgenommen habe. Weil ich hier einfach noch ein Fälscher. Ja, schon muss ich. Schichtposition. So. Wir sind bei dir. Schäubert das nach und achtet auf die Scharfschützen. Wir gehen Richtung Glockenturm. Hol Gabe und Kahn zurück, Logan. Viel Glück. Auch in die Richtung, soll man. In die Richtung, soll man. Okay. Okay. Äh. Ach, das schmeckt, ich störst mich. So, äh. Ja, das war jetzt wirklich auch ein wieder Hammer. Nachdem, nachdem das Spiel geladen hat. Also ganz normal, beim Fortführen vom Spiel. Fängt die Kacke uns eh mal an. Gucken wir mal. Oh, oh. Sieht aber, wie eilig ist, ich sterbe. Und dann machen wir langsam weiter. Hilfe. Hilfe. Den haben wir ausgleichen. Gegner rausgestellt. Ich bin zu viel. Eine weniger. Ich bin ja wohlgegau. Lass nach. Das bin auch mal ein übrig. das war eine kacke auf der die alle kalt gemacht ihr spinnt wohl ich wollte wir haben jetzt hier lang ja schon wieder finden den kontakt die abseilen oder was na gut hier geht es lang eine wunderschöne mauer schreit hier oben schreit hier oben die brauchen keine hilfe mehr, die brauchst einen arzt den möchtigsten gehirndoktor, der hat die kugel aus dem nischel raus operiert so, weiter gehts kann ich groß rum diskutieren hier die hoffen sind die fügel in allen ecken jetzt hab ich dich du sau tango greif an wer hat gewähnt ja hier ist jemand so hier ist jemand hier ist jemand Machen wir mal hier das Ding an. Gut, ich hab den noch. Ich hab den noch. Merkwürdig. Hier wird mich nicht verstecken mit rein. So, weiter geht's. Fünf, Fick, 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 Fick. Wir könnten ihn ja grillen, gell? Fick dich selbst, du Arschloch! Fick dich hier, wo sind das für Ausdrücke? Da kommt jemand. So, wo sollen wir denn in die Richtung? Ich vermute mal, wir sollen die Treppe hier hoch. Äh, da ist auch schon die Leiter. Stopp, stopp, wohnt hier jemand? Gebe Deckung! Okay. Gib mal Deckung. Ich gebe Deckung! Nett von A. Jetzt höre ich die Klocke mehr runter. Wir müssen uns über die Seite abziehen. Los, los, los! Fierder. Die klingt sogar richtig. Herrlich. Nur damit ihr wisst, welche Stunde euch geschlagen hat. So. Ich dachte eigentlich, die Bricht runter, die Klocke. Dann macht ihr waschenes Loch hier rein. Gehen wir beiseite. Schäle. Schäle. Welche Leute hier? Ne. Ich glaube, das soll ich nicht hier abzählen oder was. Bisher war das doch eigentlich immer so, dass die Klocke hier runter gebrochen ist. Sehr merkwürdig. Aber es kann auch sein, dass man auch eine Etage weiter runter müssen. Na, das ist nicht nur eine Etage. So. So. Ö Ö Ö Ö. Aha. Kann man hier rumdrehen hier. So. Ich weiß, hier irgendwelche Dremel auf die Idee kommen hier. Und sie ballern. Immer schön runter. Stück für Stück. Vorsicht! Hier gibt's Stress! Mach dich! Hm. Wer hat das gehört? Mhm. Ist das kein Mensch hier? Hm. Gucken. 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 Ah. Schäle runter! Fuck! Er ist hoch! Schieb! Der Kopf ist hoch! Der Kopf ist hoch! Der Kopf ist hoch! Der Kopf ist hoch! Das hier schieße ich aber die Träne! Noch einer hier! Scheint nicht so zu sein! Er ist doch ganz schlecht bewegt, oder? Lebt da noch jemand? Ach ne, da... Der... Zug ist bloß noch ein bisschen. Einschneiden und säubern! Alles klar! Ich gucke und hier... Geht rein! In Position! In Position! In Position! Säuber in Position! Gut! Sauber! Schäme mir sauber aus! Dann bin ich auch nicht rein! Ups! Jetzt will ich nicht hören! Ach! Jetzt kriegt die Glocke runter! Ob das jemand gehört hat? Ach! Nö! Das hat keiner gehört! Hier sind die riesen Glocken nach unten geklatscht! Ist ja auch nichts zu überhören! So! Wo müssen wir hin? 10 Meter nach unten! Der Dreck ist natürlich jetzt kacke! Gell? Das ist natürlich auch nicht! Und das ist ja auch nicht! Äh... Puh! Früher! Damit sich ganz sicher wo der Weg noch... Ach! Da ist die Treppe! Genau! Und hier waren die Leib! Okay! Gehen wir die Treppe runter! So! Kommt weiter! Zurück zu mir! Voll runter bei! Hier! 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 Geh ich lang! Freunde! So! Hier war aber eine Treppe! Da sind wir jetzt garantiert nicht alleine! Wieso ist hier alles so rot? Ne! Da bin ich nicht lang! Tut leid! Gehen wir gleich Zeit! Fortschritt wird gespeichert! Mist! Hier! Ach sie kalt! Das hat nicht all zu viel Wiedes zu bedeuten, oder? Oh Gott! Da war auch so noch richtige Windeln! Ich hatte auch noch mehr Schnellungen! Ach! Oh Gott! Ach, wer es gibt hier! Ach! Wo müssen wir hin? Hallo, wo müssen wir hin? Na toll. Ah, irgendwo hier müssen wir lang. Hier irgendjemand? Das ist doch nicht schön schwierig abseilen. Hier auch jemand zu sehen. Das war Bullshit. Sollen wir uns hier abseilen? Oh! Wo ist der Tanko? Da ist der Tanko. Ey, das ist doch mein Tanko. Oh! Ich sag dir, Schlauze, hast du was nicht gehört? Der ist doch kaum. Oh! Die hängen alle da hinten in der Ecke. Kann ich nur keinen sehen hier. Ach, warte mal. Ha! So was haben wir denn hier denn? Na, das bringt ja wieder überhaupt nichts. Ich kann sie nicht sehen. Ja, ich leider auch nicht. Sonst hätte ich sie ja schon mal ein bisschen aus der Landschaft nehmen, die Brieber. Aber ich gucke in die Richtung, gell. So. Was sind wir da hinten? Wo sind sie? Das ist wohl, das ist die Frage. Na gut. Machen wir es wie es vorgesehen ist. Entschuldigung, diese verkackte Strippe hier runter. Wo war das? Da war doch auch irgendwo so ein Abseilteil. Hier. So ein Abseil. Na hallo, bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin jetzt mal aus. Ich glaube, entweder wir machen das an. Ne, das ist kacke. Machen wir das an. Das sieht noch am vernünftigsten aus. Folgt ihr mir? Ja. Ich denke vielleicht. Das ist falsch. Sind wir auch schon kurz? Wachen wir mal. Treppe. Weil die Farbe rot ist nicht gerade unbedingt prägelnd, muss ich sagen. War wohl doch nichts. Weil ich war das gut. Was? Was? Ja, durch das Feuer. Das ist natürlich nicht so prägelnd, gell? Oh, das bringt's auch nicht, gell? Na okay. Muss man halt nach sich schießen. Gib mir Deckung! Vergiss es! Gib mir Deckung! Verteidigungsstellung! Schade sie aus! Du kommst mit mir! Verstanden, Boss! Warte, doch was wir machen. Du musst nachladen! Scheiße! Und hier krieg ich dich! Huuuuh! Auf, zu! Wirf einfach! Ich bin Gott! Kommst mit mir! Übers Geschichte! So! So! Man sieht gar nichts! Man sieht gar nichts! Ja, dann müssen wir auf jeden Fall runter! Ich gebe dir Deckung! Ich gebe dir Deckung! Los! Los! Ich bin trocken! Ich bin trocken! Ich gebe Deckung! Ah, da sieht man gar nichts, gell? Gib mir Deckung! Oh! Gib mir Deckung! Oh! 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 Da kommt, steck doch mal der HP! Das ist der Braut! Ich gehe gegen mein Knie! Ich bin trocken! Brauche Munition! Hallo! Ich war schon mal nicht so fies rum hier! Lade nach! Lade nach! Ich auch! Es kann sie nicht sehen! Ja, ich auch nicht! Was will man da machen? Wenn man so nicht stehen kann! Hinlaufen und... dann draufhalten! Worauf wartest du? Los! Keine! Schöpfe runter! Schlaufer Unterstützung! Mist! Schöpfe! Ach! Ach! Scheu! Schnauzer! Hat nämlich! Ich bin Granadewerfen, mit der Hand! Schön! Vorsichtig! Was ist da hinten? Ne, da ist eine Lambe oder sowas! Ah, ich habe jetzt noch mal ne Platte runter! Ich hoffe wir hätten das Binden, es geht noch mehr. Wie siehts aus? Immer noch geschissen mit Sicht. Aber ich bin das denn hier richtig, gell? Hey, ist doch schon gefallen, der Hund. Oder ist doch noch gefallen. Gefahr erkannt, Gefahr gewandt! Ja, der ist tot. Das ist der letzte Putsch. Oh! Bleibt doch mal stehen, das war doch mal ja nicht gegenbrummen. Das wird nicht da drüben. Ist dich das eh schon geschissen? Hey! Na, können wir noch weiter damit. Ein bisschen nervig, aber... Das brauchst du nicht. Ich komme schon mit meinen Kugeln zu dir. Ich komme schon mit meinen Kugeln zu dir. Das brauchst du nicht zu hören. Den schießen wir eigentlich. Ach, der hilft nicht selber. Das ist doch mal die Tore. Da haben wir ja schon wo rum was. Treffer! Einer weniger! Siehst du? Wie ist das hier? Schissen! Also weiter mit Gebrühe. So, wo ist der Ort hin? Äh... Hä? Was haben wir jetzt denn hier? Ist der Leiter oder wohin? Ist der Leiter oder wohin? Also irgendwie ist hier nichts mehr. Ja... Das ist jetzt alles ein bisschen mehr. Ne, da geht es immer noch um. Ah, hier scheint es irgendwie lang zu gehen. Oh! Ist das eine Tür? Ah! Eine Tür gefunden hat. Gucken wir noch mal. Wer hier rum nutzt. Muss ich jetzt hier oder irgend so was hier? Ne. So. Fortschritt wird gespeichert. So. Wenn die aufgequatscht hat, beende ich auch mal den Port. Wirklich habe einen Anruf von Gabe erhalten. Er konnte sich ein Funkgerät sichern, wurde aber wieder gefangen. Wo ist der? In der Spielhalle. Das ist oben. Beeilung. Sind dran. So. Ich beende da mal den Port. Und sag da mal... Tschüsse weg, Scharratan, LP. ... ... ...